Die Muskelleistungsdiagnostik, kurz MLD genannt, ist ein an der Eidgenössischen Hochschule für Sport Macklingen entwickeltes, zweiteiliges leistungsdiagnostisches Testverfahren, das exklusiv im Nationalen Sportzentrum Macklingen durchgeführt wird. Das Hauptziel dieses Tests besteht darin, dass aus den Testresultaten Trainingsempfehlungen zur individuellen Optimierung der Voraussetzungen im Bereich der Schnell- und Maximalkraft abgeleitet werden können. Jährlich werden in Macklingen über 500 solcher Tests durchgeführt. Bei den getesteten Personen handelt es sich hauptsächlich um Nationalkaderathletinnen und Athleten aus Sportarten mit einem hohen Maximal- und oder Explosivkraftanteil. Das sind Sportarten wie Ski-Alpin, Ski- und Snowboard-Freestyle, Leichtathletik, Schwingen, Ringen oder Kunstturnen. Im ersten Teil des Tests wird mittels einer Kraftmessplatte die isometrische Maximalkraft der unteren Extremitäten bestimmt. Dies geschieht zuerst beidbeinig, dann einbeinig und in steter Kniebeugenposition mit Winkeln von erst 70 und danach 100 Grad. Im zweiten Testteil wird die maximale Leistung bei Vertikalsprüngen ermittelt. Die Sprünge werden zuerst ohne und dann mit ansteigender Zusatzlast ausgeführt. In fünf Laststufen wird das Zusatzgewicht immer um 20% des Körpergewichtes bis 100% Zusatzlast erhöht. Die Langhantel wird dabei automatisch durch den sogenannten Lifter aufgefangen. Dieser sorgt einerseits für die Sicherheit der Athletinnen und Athleten, sowie andererseits dafür, dass sich diese voll und ganz auf den Absprung konzentrieren und die maximale Leistung erreichen können. Um Trainingsempfehlungen abzuleiten, werden zuerst das Niveau der Maximalkraft und das Niveau der relativen maximalen Sprungleistung beurteilt. Die beiden Werte werden dabei in Bezug zu den für jede Sportart definierten Zielwerten gesetzt. Anschließend können daraus detaillierte Trainingsempfehlungen, die sich insbesondere auf das Training der Maximal- und Explosivkraft beziehen, abgegeben werden. Die beiden Werte werden dabei in Bezug auf die Sportart definiert. ован Indisch Allein